Grüß dich! Ja, komm! So, das ist meine Heimat. Und meine liebe Susanne filmt mich. Wie beim ersten Mal. Mein erster Clip entstand mit Susanne. Und jetzt machen wir gerade mal auch noch einen. Da hinten haben wir gerade eine ganze Horde Kühe. Das ist so meine Haushiese, die ihr hier seht. Und ja, das Wetter ist ein bisschen wolkig, aber herrlich. Und die Hunde, die fühlen sich natürlich sauwohl. Und der muss jetzt ab. Ja, ihr Lieben, ich kann nur sagen, es ist einfach immer wieder traumhaft, die Natur. Man schöpft so viel Kraft raus. Und ich war heute bei der Kosmetikerin. Seht ihr es? Nein, ihr seht es natürlich nicht. Aber ich fühle mich gut. Und heute Abend gibt es einen schönen Fisch. Ist ja Freitag. Und wenn wir jetzt heimkommen, trinken wir einen Prosecco. Ja, wir lassen es uns echt gut gehen. Und wie gesagt, Susanne filmt mich wieder. Ich habe jetzt nichts Spektakuläres zu berichten. Ich wollte euch ja irgendwas Supermäßiges erzählen, aber ich habe nichts erlebt. Es ist alles wie immer. Ich habe mir zwischendurch mal die Hand aufgerissen, bin 14 Mal genäht worden. Das habt ihr gar nicht mitgekriegt, ihr YouTube-Gucker. Aber das ist eigentlich das Einzige, was spektakulär war, dass ich jetzt einen krummen Finger habe. Aber gut. Ja, dann machen wir Schluss. Ist wahrscheinlich schon eine Minute und ich weiß auch noch nicht, ob ich euch das einstelle, aber ist ja ganz witzig jetzt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.